Einen wundervollen Meilgräbster. Willkommen zurück zu eurem Special. Wie die Überschrift schon verrät, geht es um den friedlichen Abschluss von 2021. Ja, was will man dann noch kurz bevor das Jahr zu Ende ist? Was möchte vielleicht noch ein bisschen sauber gemacht werden, vielleicht ausgemistet werden, damit das neue frische Jahr ins Haus kommen kann und man sich um die neuen Sachen kümmern kann und konzentrieren kann. Es ist eine Kollektivlegung vorneweg gesagt, es muss nicht alles mit dir übereinstimmen. Wenn es tut, freue ich mich sehr. Wenn es nicht tut, es ist auch völlig in Ordnung. Wenn du mehr in deine Themen reinschauen möchtest, dann buch gerne deine persönliche Legung. Die E-Mail dafür für die Anfrage ist unten eingeblendet und heißt post at funkyroshengirl.com. Wenn du eher ein Instagram-Typ bist, dann schreib mir gerne eine DM. Ich lese alle meine Nachrichten und antworte da ziemlich schnell. Wenn du für den Energieausgleich sorgen möchtest und dich für die Legung, für die Botschaften, für die Tipps bedanken möchtest, dann kannst du das auf unterschiedlichste Art und Weise tun. Entweder mit einem Like-Kommentar, mit einem Abonnement, erzähle gerne von meinen Videos, von meiner Arbeit, deinen Liebsten. Teile gerne meine Videos in deinen Social-Media-Kanälen, auf Instagram, Facebook, Telegram, Whatsapp. Alles ist offen, also alles ist möglich. Vielen Dank. Ich freue mich schon sehr darüber, für deine Unterstützung, für den Ausgleich dafür, was ich hier dir jetzt gleich channel werde. Wenn du auch eine Spende senden möchtest, dann sehr, sehr gerne. Meine Paypal, ich unterstütze mich auch mit dem Paypal. Meine Paypal-Email-Adresse ist unten eingeblendet. So, meine lieben Krebschen, dann schauen wir mal und am Ende gibt es dann noch einen Blick in 2022, um dir quasi nur mal aufzuzeigen, warum es so wichtig ist, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Nun verbinde ich mich mit der Krebsenergie und möchte gerne wissen, was hat Krebs nochmal aufzuräumen, um das neue Jahr 2022 begrüßen zu können, leichter begrüßen zu können. Ich liebe euch, meine lieben Krebser da draußen. Ich liebe mich, ich liebe das, was ich tue. Ich liebe dich, meine wundervolle Quelle. Nun freue ich mich sehr. Ja, auf die Botschaften, los geht's. Und ich fange mit diesem wundervollen Deck an. So. Okay, was ist die erste Karte? Was ist erstmal, was hat das hier mit 2021 auf sich zu tun? Okay. Es ist etwas ins Stocken geraten. Es ist etwas, ja, eine gewisse Kommunikation. Vielleicht gab es Kommunikationabbruch zu einer Person, zu einer Vertrauensperson, zu Personen, wo man eigentlich immer nach dem Rat gefragt hat. Es kann sein auch, es kann eine Familienangehörige sein. Es könnte auch ein Vater sein, auf jeden Fall jemand, wo man früher immer darauf hingeschaut hat. Da gibt es auf jeden Fall so ein bisschen so. Und um dieses Thema geht es. Es geht um diese Kommunikationabbruch. Wir schauen mal, was es auf sich so hat. Und, ja, es kann auch eine andere Person werden. Wir schauen das mal rein. So. Worum geht's hier? Ja. Also man hat sich dieses Jahr, oder generell, man hat, okay, also muss nicht auch nicht unbedingt, also das kann sein, dass es unter anderem Kontaktabbruch zu einer Person bedeutet. Was aber auch bedeuten kann, dass man aufgehört, so zu kämpfen. Dass man nicht mehr mit Worten kämpft, dass man nicht mehr mit seiner Arbeit kämpft. Bis jetzt war das Gefühl, dass man immer allen was beweisen muss, dass man sich die Dinge erkämpfen muss. Und man hat irgendwann erkannt, nee, das will ich nicht mehr, das kann ich auf Dauer gar nicht mehr, mein Körper hält das gar nicht aus. Und es kehrt so eine neue Art von Sichtweise, was Harmonie im Leben ist. Früher dachte man, Harmonie ist, wenn man hart von früh bis abends arbeitet, von Montag bis Freitag, vielleicht Montag bis Samstag, vielleicht sogar Montag bis Sonntag. Und irgendwann, wenn man nicht mehr kann, bucht man sich Urlaub. Und irgendwann sagt man, nee. Das kann so nicht mehr weitermachen, weitergehen, denn es birgt sich auf meine Kreativität. Wenn du in einem kreativen Beruf arbeitest, und ich erinnere mich, bei den Krebsen, in den anderen Legungen, in den anderen Specials, habe ich das oft zu diesem Punkt Kreativität immer wahrgenommen, Verspieltheit. Das war auch euer Thema. Und ja, das macht, diese neue Sichtweise macht etwas mit eurer Kreativität. Vielleicht verändern sich auch eure Arbeitsbereiche. Auf jeden Fall, diese neue Sichtweise von Harmonie wirkt sich auch auf die Sichtweise der Kreativität. So. Und man ist so ein bisschen zwischen den Stühlen. Zum einen hat man diese neue, ja, natürlich ist es so ein bisschen, so ein bisschen Dilemma. Zum einen möchte man entspanntes Leben führen, vielleicht auch weniger arbeiten. Aber man möchte zum Beispiel nicht weniger verdienen. Man möchte, weil man denkt, der Verstand sagt einem, wenn du diesem Herzenswunsch nachgehst, dass du zum Beispiel weniger Stress haben willst und so weiter, er sagt etwas in einem, dass es etwas mit deiner Kreativität macht. Denn es kann sein, dass die Kreativität dein Ausweg aus dem Sumpf war. Quasi die Kreativität, die kreative Arbeit hat dich aus den alten Erinnerungen, aus den Erfahrungen der Kindheit, der Jugend rausgeholt. Und das war quasi dein Rettungshelikopter. Und jetzt, und vielleicht auch dieses viele Arbeiten, das war eine schöne Ablenkung von der grauen Realität. Und jetzt, wenn man quasi anfängt, diesen, also diesen Pensum an Arbeit runterzunehmen, hat man da natürlich Angst, dass die Erinnerungen, dass die Ängste einen aufholen, auffressen, weil man ja natürlich gar keine Möglichkeit mehr hat, wegzurennen. Und das ist so ein bisschen, na, so ein Dilemma gerade. Ja. Jetzt schauen wir mal, wie man das auflösen kann, dieses Dilemma. Indem man sich zum Beispiel, ja, indem man sich in die hohe Perspektive begibt, wie zum Beispiel jetzt gerade eben, wo ich es hier aufgezeigt habe, wo das herkommt. Indem man sich eigentlich fragt, wie bin ich eigentlich da rein gekommen? Wie hat alles angefangen? Wie hat alles angefangen? Warum hat es angefangen? Warum hat das angefangen? Warum hat das angefangen? Und diese Arbeit, diese Aufgabe, wenn du Hilfe dabei brauchst, buch dir gerne deine persönliche Legung, deine persönliche Session. Und wenn man zum Ursprung geht, sieht man immer mehr, dass man irgendwann aufgehört hat, auf seine innere Stimme zu hören, seine Intuition zu vertrauen. Das, was jetzt so wahnsinnig stark wird. Innere Stimme ist eigentlich nur ein Plus Ultra. Das ist das, was dich wahnsinnig stark macht. Vielleicht hast du eine Mutter, ja, ich habe, das könnte eine Mutter sein mit, äh, mit der, mit dem Erdelement, Stier, Steinbock, Jungfrau. Aber innere Stimme ist eigentlich das, was dich immer, ähm, was dich eigentlich immer gerettet hat. Und das kann sein, dass deine Mama vielleicht auch ein Stier, Steinbock, Jungfrau-Element ist. Oder es gab, oder vielleicht ist es eine andere Person, eine andere weibliche Energie. Vielleicht eine Ersatzmutter, Stiefmama, was auch immer. Ja, und diese Person wurde dir quasi geschickt, um dir zu zeigen, es könnte aber auch ein Mann sein mit einer weiblichen Energie, wo man merkt, ich bin in seiner Umgebung wie bei einer Mutter, quasi. Und diese Person wurde dir quasi geschickt, um zu zeigen, dass, wenn man auf die innere Stimme hört, ähm, wird man gerettet. Also es ist quasi, wenn man auf die innere Stimme hört, ist es das, was dich eigentlich, äh, richtig erfolgreich machen lässt. Das ist das, wie man, ähm, dein Leben manifestiert, wie man all die Dinge anzieht, wie man eigentlich im Frieden und im Glück lebt. So. König der Stäbe, eine männliche, erwachsene Energie, äh, vielleicht dominante Energie in deiner Umgebung, mit einem Feuerelement, könnte Löwe, Schütze, Widder sein. Vielleicht hilft dir diese Person dabei, äh, in das große Bild zu kommen. Vielleicht ist es ein Code, ein Psychologe. König der Münzen. Ja, er hilft dir tatsächlich, alles zu verarbeiten. Okay, darauf ist ein König der Münzen gefallen. Das kann sein, dass es tatsächlich die männliche Energie ist, wenn du eine Frau bist. Das heißt, äh, dieser Mann, äh, äh, mit der, äh, mit dem Erdelement hat vielleicht, äh, Schütze, Löwe, wieder in seine Chart, aber es ist jemand, ähm, könnte auch ein Erdelement sein, das ist quasi eine männliche Energie, doppelt ein König, äh, auf doppelte Hinsicht quasi, hilft dir dieser Mensch, ähm, deinen Wert wieder zurückzuholen, dich quasi nochmal zu sehen, äh, deinen Wert zu sehen, äh, deine Perspektiven zu sehen, deine Chancen zu sehen und eigentlich deine Persönlichkeit nochmal richtig zu sehen. und, ähm, hilft dir dabei, so diese Analyse durchzuführen. Das kann tatsächlich ein, ähm, ja, so eine Art, ja, Coach sein, das kann ein Business-Coach sein, das kann ein Persönlichkeits-Coach sein, das kann ein Mentor sein, der quasi so ein bisschen Vaterrolle übernimmt und, ähm, dir dabei hilft, aufzuräumen. Also, ich sehe, du bist hier damit nicht allein, das Leben schickt dir quasi Menschen, die dir dabei helfen, diese, ähm, diese, diese Aufgabe quasi, ähm, durchzu, also, das zu erledigen und nicht allein das machen zu müssen. Und dann haben wir ein weiteres Thema, du wünschst dir auch entspanntes Leben, du wünschst dir vor allem auch aufregendes Leben und wo es wirklich um das Leben selbst geht, wo man kein Sklave des Systems mehr ist, wo man nicht nur hart arbeitet, Kohle verdient, um eigentlich nur Steuern zu bezahlen, sondern man will seiner Aufgabe nachgehen, man will quasi ich selbst sein und gleichzeitig aber um schönes Geld machen, aber in seinem eigenen Tempo, so. Und gibt es da eventuell Blockaden? Ja, es gibt da Blockaden, es wird da blockiert. Was sind das für Blockaden? Da haben wir diesen Ast der Schwerter wieder. Okay, der hohe Priester, Ast der Schwerter. Stierenergie. Vielleicht ist es ein Opa, äh, eine, ja, hier auch vielleicht auf der anderen Seite, eine männliche Energie, vielleicht ist es ein Geschäftspartner, der vielleicht ein bisschen älter ist, das könnte sein, dass es ein Auftraggeber ist, ähm, der ein bisschen, der ein bisschen mehr Macht hat und dieser Auftraggeber entscheidet gerade über deinen Kopf. Ist quasi jemand, der so, äh, den machen möchte, ähm, hier. Aber dein, dein, dein Ja ist eigentlich, äh, schwer drunter, du willst nicht mehr kämpfen, du willst Entspanntheit. Das heißt, es gibt jemanden an deiner Seite mit einer Stierenergie, äh, so ein bisschen, ein bisschen älter schon, noch älter als dieser Mentor, der quasi so ein bisschen, äh, vorgibt, äh, der Gott, äh, zu sein und über alles herrschen zu können. Und du merkst aber, nee, das, ich will das nicht, so, und wie kann das aufgelöst werden? Wie kann das überwunden werden? Nein, indem man seinen eigenen Wert nochmal neu sieht. Über eine Kommunikation übrigens, es kann auch eine E-Mail geschrieben werden, ja, tatsächlich über eine Kommunikation von deiner Seite, indem du erst einen Schritt machst und eigentlich über deine Wünsche, Vorstellungen sprichst. Ja, du bist hier derjenige, oder diejenige, der das auflösen darf. So, das ist quasi, äh, ja, das ist quasi so das Bild. Und jetzt schauen wir mal nochmal rein, warum lohnt sich das? Warum muss ich jetzt quasi etwas noch tun, wo ich eigentlich, ich will doch gar, eigentlich gar nichts tun, ich will entspanntes Leben, warum muss ich hier noch was machen? Was erwartet mich in 2022? Dafür ziehe ich nochmal die Karte aus diesem wundervollen Deck. Ach, schau mal, Sovereign of Swords. Ja. Es geht weiter, es geht weiter mit den Schwerden, es geht weiter mit klaren Gedanken, mit klarer Kommunikation, mit klarer Ausdrucksweise, aber diesmal ganz souverän. Man hat dieses Jahr aufgegeben, das war ganz gut, man hat komplett alle Schwerter niedergelegt und man hat gesagt, nee Leute, sorry, also ich ziehe mich jetzt komplett zurück, ähm, ich will mich gar nicht, ich will mich gar nicht äußern, vielleicht hat man sich auch aus Social Media zurückgezogen, so ein bisschen aus dem gesellschaftlichen Leben, na klar, war ja auch anders dieses Jahr, war ja nicht so viel drin, und das war aber ganz gut so, äh, indem man sich Zeit gewonnen hat, um erstmal alles zu sortieren. Aber im nächsten Jahr geht es mit dem Schwert weiter, das heißt, der Schwert schaut 2022 wieder nach oben, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, wir haben hier einen souveränen. Bis jetzt dachte man, dass die Gedanken einen niederschmettern können, deswegen hat man ein Schwert erstmal lieber zur Seite gelegt, damit das Schwert einen nicht verschlägt. Jetzt hast du aber erkannt, wenn du dich komplett aus allem zurückziehst, wirst du unkreativ, die Motivation fehlt, irgendwie nur in eine Richtung zu gehen, macht es auch keinen Sinn. Das heißt, es gilt jetzt eine gesunde Mitte zu finden für 2022, wo man mit dem Schwert agiert, mit seiner Kommunikation agiert, aber es ist eine, ich will nicht sagen gesetzt, das ist keine Fake-Kommunikation, aber das ist etwas, wo man mit den Worten umgehen kann. Denn das bedeutet zum Beispiel auch, wie spreche ich zu mir selber, welche Worte verwende ich zum Beispiel zu mir selbst. Spreche ich vernichten, spreche ich unterdrückend oder spreche ich lobend, anhimmelnd, liebend. Und das ist quasi das, wo man anfängt, wo man Schwert quasi wieder in die Hand nimmt und sagt, okay, Schwert ist eigentlich neutral. Das ist wie Geld, wie Macht, was auch immer. All diese Dinge, Social Media ist neutral, Matrix ist neutral, alles ist neutral. Alle Geschehnisse sind neutral. Es kommt darauf an, welchen Farbton, welche Einschätzung, welche Wertschätzung, welche Verurteilung, wie auch immer, wir quasi rein projizieren wollen. Und jetzt erkennst du, ohne ganz den Schwert geht es auch nicht. Ich muss mich manchmal klar positionieren, ich muss mich äußern, sonst werde ich quasi ganz zerfressen, sonst werde ich gar nicht gesehen und werde übertrampelt. Und für 2022 wird es quasi eine ganz souveräne Kommunikation sein, wo man zum Beispiel manchmal auch den ersten Schritt macht und man an die Leute zugeht, mit ihnen spricht, seine Wünsche von Anfang an äußert, seine Bedürfnisse, vielleicht auch ein bisschen seine Erwartungen an die Zusammenarbeit zum Beispiel, ohne dass es quasi am Anfang früher war das so, man hat gesagt, naja, das wird schon, man hat gar nichts kommuniziert und dann wurde man ausgenutzt. Und das hast du 2021 sehr stark gemerkt und darauf hast du keinen Bock mehr. Das heißt, jetzt kommt so eine gesunde Mischung aus Megafechten und Kämpfen und alles Niederschmettern bis zu gar nichts kommunizieren und dann wird eine schöne Summe gebildet quasi, ein Durchschnitt von diesen beiden Extremen, wo man, wenn man etwas sagt, es hat Hand und Fuß. Vielleicht wird deine Kommunikation langsamer, bestimmender, aber nicht, weil du etwas unterdrücken oder manipulieren möchtest, sondern weil du dazu stehst, was du sagst, dass du vielleicht ab jetzt viel weniger Worte verwendest, um dich zu erklären. Also man braucht dich nicht erklären, aber um dich zu positionieren, um den anderen verständlich zu machen, wofür du stehst, was deine Werte und Normen sind. Und ich sag's dir, es ist mega geil, du sparst so viel Energie, mach das. So, du hast gemerkt, ich habe gleich mein Tempo verändert, das, was ich sage, ich stehe dazu, ich liebe meine Stimme. Ich genieße zu sprechen, ich genieße über meine Wünsche, also über meine Vorstellungen, über meine Standards, Normen zu sprechen. Ich mag es in einem Austausch, ich mag natürlich, dass die anderen auch in den Austausch gehen. Ja, also ich würde mal sagen, 2021 war auf jeden Fall auch dein Jahr im Sinne von Krebs. Du hast viel Rückzug erlebt und jetzt kommt quasi so eine gesunde Mitte. So, was genau nochmal erwartet die Krebs? Und nochmal ein bisschen mehr Informationen. Oh ja, das bedeutet, wenn man quasi seinen Wert kennt, wenn man weiß, dass man gar nicht mehr fechten muss, sondern es genügt eines Wortes, um entweder nein oder ja klar zu kommunizieren, ist man natürlich für viel mehr Dinge offen, weil man weiß, man muss nicht alles annehmen, was auf einen zukommt. Man stellt es mal da, beobachtet, schaut erst mal, man testet hier, man testet hier, man testet hier und dann sagt mal ja, nein, ja, nein, ohne sich dafür schuldig zu fühlen. Früher, wenn etwas kam, hast du sofort angenommen, damit die anderen vielleicht nicht böse über dich denken, damit du allen beweisen kannst, wie toll du bist und so weiter. Und das hat aber auch ein bisschen sehr dein Spektrum auch eingeschränkt, weil natürlich konntest du, du kannst ja natürlich nicht alles annehmen. Wenn etwas kommt, du es annimmst, verbringst du die Zeit damit. Da hat man vielleicht für etwas zugesagt, aber man wollte es eigentlich gar nicht so richtig. Man hatte Angst zu sagen, kann ich vielleicht mal probieren. Man dachte, man muss sofort kaufen. So, und du bist jetzt schlauer geworden. Du bist jetzt schlauer geworden, du weißt, du musst nicht schlucken, du kannst auch nochmal nur testen. So, was haben wir hier noch? Ja, auf jeden Fall Herzheilung. Man steht da ganz viel entspannter. Man kann sich selbst vor allem halten und heilen. Man rennt nicht sofort, man versteckt sich nicht sofort, man rennt nicht sofort in die Arme. Der Mutter, der Frau, was auch immer, wo man sagt, okay, die ist die Einzige, die mich versteht, sondern man versteht sich zum ersten Mal selber. Und das ist gut. Du kannst das mit der Frau tun, wenn du ein Mann bist. Oder du kannst das mit deiner Mutter tun, mit anderen Personen tun. Aber an erster Stelle ist ganz wichtig, dass man das mit sich selber machen kann. Und ich sehe dich das machen können. Du wirst dich aus vielen Verstrickungen befreien, die du quasi angezogen hast, als du noch unbewusst warst. Und dafür braucht man natürlich diesen souveränen Schwert, der die energetischen Schnüren trennt. Sei es jetzt gewisse Freundschaften, sei es jetzt gewisse Arbeitskollegen, Arbeitsverstrickungen, sei es jetzt gewisse Hobbys, wo man merkt, das tut mir gar nicht gut, sei es jetzt gewisse Arbeitsweisen. Ja, wie gesagt, du hast jetzt im Rückzug verbracht 2021, hast alles beobachtet. Und jetzt geht es ins Angemachte. Du bist viel freier, du bist viel offener, wir haben keine Empfänglichkeit. Weil dein drittes Auge arbeitet viel stärker, viel bewusster. Du hast viel mehr Verständnis für sich und für die anderen, weil dein Herz ist geheilt. Du hast keine Angst mehr mitzufühlen, Mitgefühl zu zeigen, ohne mitleiden zu müssen. Das ist nämlich der Riesenunterschied. Und dafür war Rückzugsjahr wahnsinnig notwendig, weil wie willst du wieder ein Trainingsjahr durchgehen, wie willst du wieder ein Marathon rennen, wie willst du wieder aktiv sein, wenn du dich nicht regenerierst. Also wenn du so willst, also es geht richtig los bei dir in 2022 Krebs. Ja, wie gesagt, wenn du dich nicht regenerierst, wächst der Muskel auch nicht. Das heißt, 2021 war das Jahr der Regeneration, damit man erst richtig auf sich aufmerksam macht in 2022. Und ich wünsche dir viel Freude dabei. Das ist geil. Und gewisse Konditionierung wird auch sein, dass man zum Beispiel sich nur für eine Sache entscheiden musste. Das könnte zum Beispiel auch so ein Haus-Ding sein, Familien-Ding sein, dass man sagt, entscheide dich doch für das eine, damit du das richtig machst. Und der Durchbruch wird sein, dass man sagt, nee, ich will und kann nicht nur das eine machen, ich will beides. Das bedeutet zum Beispiel, dass man zum Beispiel kurzfristige und langfristige Projekte macht. Bis jetzt hat man sich vielleicht nur auf die kurzfristigen Projekte eingelassen, weil es sicher ist. Es kann auch sein, dass man nicht nur humorvolle Themen beleuchtet in seinem Job, sondern auch in die Tiefe geht. Dass man zum Beispiel nicht nur die männliche, sondern auch die weibliche Seite bedient. Nicht nur die weibliche, sondern auch die männliche. Wenn du zum Beispiel ein Artist bist, Schauspieler bist, dass du vielleicht tatsächlich zwischen Geschlecht und switchst, weil du merkst, dass es muss im Ausgleich passieren. Das heißt, 2022 ist das Jahr der Balance sowieso. Es wird alles in Ausgleich gebracht. Du hast beide Extremen erlebt. Totals performen, sich komplett vergessen, totalen Rückzug, alle anderen komplett vergessen. Jetzt merkst du, du willst eine gesunde Mitte finden. Und 2022 wird in dieser gesunden Mitte stattfinden, wo man von all dem, was man möchte, so viel nimmt, wie es sich gut anfühlt. Aber man sich nicht nur um eine Sache fokussiert, sondern das in deiner gesunden Balance quasi durchführt. Das bedeutet, du machst vielleicht viel mehr Urlaub, du arbeitest weniger, dafür machst du endlich ausreichend Auszeit, ausreichend Regeneration, weil du hast gemerkt, Regeneration ist wahnsinnig wichtig. Dein Körper hat sich verändert, du siehst gesünder aus durch diesen Rückzug. Energie ist viel mehr da, also diese ganze Dinge. Also du siehst, es macht Spaß, es macht Sinn. Durchstart 2022, dafür Reset im 2021 notwendig gewesen. Ja, eine wahnsinnig spannende Erlegung. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für deine Unterstützung. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Und wir sehen uns beim nächsten Reading, nächstes Special. Da geht es um Januar 2022 speziell für diesen Monat. Danke fürs Zuschauen, danke für deine Unterstützung. Wir sehen uns, bis dann, ciao. Ciao.